dieser mercedes benz b 180 ist hier zum verkauf angeboten 5 personen haben in dem grauen fünftürer platz der kilometerstand des fahrzeugs liegt bei unter 6000 km die erstanmeldung war anfang 2014 der kombi verfügt über zahlreiche ausstattungsdetails wie esp isofix kindersitz befestigung navigationssystem einparkhilfe bluetooth und vieles mehr unter der haube gibt der sparsame benziner eine leistung von 122 ps an ein automatikgetriebe ab der angegebene verbrauch liegt bei nur 5,8 m pro 100 km kontaktieren sie uns wir informieren sie gerne mehr bis zum nächsten Mal